Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es auch dieses Jahr, knapp zu Weihnachten, mal wieder einen Rundumschlag um das Thema Cashback-Aktion oder Rabatt-Aktion von Kamerafirmen. Und damit auch die Technik-Freaks unter euch ein bisschen was zu schauen haben, dieses Video aufgenommen mit der Canon EOS R, dem Sigma 40mm 1.4 Art, inklusive Video-Autofokus, also Face-Tracking in 4K. Damit so ziemlich die anspruchsvollste Kombination. Also schaut mal rein, was es inhaltlich gibt und wie sich die EOS R so schlägt. Wie immer geht es alphabetisch durchs Cashback-Sortiment. Fangen wir an mit Canon. Da gibt es derzeit die Red Weeks. Wieder eine Kombination aus Cashback und Guthaben. Das kennt vielleicht schon der ein oder andere von Canon. Das heißt, exemplarisch gesprochen, nehmen wir das 24-70mm Blende 4 aus der L-Serie. Hat einen Cashback-Betrag von immerhin 160 Euro. Solltet ihr euch jedoch noch ein weiteres Canon-Produkt im Aktionszeitraum kaufen, erhöht sich der Betrag auf 240 Euro. Ihr holt euch dann erstmal das Guthaben ab, die 240 Euro und dann mit dem Kaufbeleg von dem zweiten Canon-Produkt bekommt ihr dann das komplette Guthaben ausgezahlt. Wenn das zweite Produkt auch im Cashback mit drin ist, bekommt ihr natürlich das Guthaben plus den Cashback-Betrag vom zweiten Produkt. Also wer sogar mehrere Canon-Produkte kaufen will, kann dann nochmal extra sparen. Auch Fujifilm ist dieses Jahr mit einem Winter-Cashback dabei. Mit darin so ziemlich alles, was es eigentlich aktuell im X-Mount-System gibt. Diverse Objektive, viele Kameras, nicht die allerneuesten Modelle wie die X-T3, aber zum Beispiel auf den Vorgänger, die X-T2, gibt es bis zu 300 Euro im Cashback. Also auch da lohnt sich definitiv ein Blick, solltet ihr in das Fujifilm-System einsteigen oder darin erneuern wollen, erweitern wollen. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Unten in der Videobeschreibung drin findet ihr noch Links zu Amazon, zu den jeweiligen Aktionsseiten der entsprechenden Cashback-Programme. Wenn ihr über diesen Link etwas bei Amazon bestellt, bekommen wir eine kleine Provision ab und können diesen Kanal damit unter anderem finanzieren. Bei uns im Forum findet ihr auch nochmal aufgelistet alle Cashback-Programme. Da dann auch teilweise Links noch zu Mediamarkt mit dabei. Die sind nämlich bei vielen Cashback-Aktionen nicht mit integriert, bieten aber einen Sofortabatt im Online-Shop. Auch Nikon gibt bis zu 300 Euro Cashback, in dem Fall auf die D850. Es sind aber auch viele günstigere Kameras, wie zum Beispiel die Nikon D5600 dabei, mit immerhin noch 100 Euro Cashback und auch etliche Objektive. Eine Übersicht findet ihr auch da bei uns im Forum. Die Aktion läuft noch bis Mitte Januar. Etwas kleinere Brötchen werden bei Olympus gebacken. Immerhin gibt es eine Winter-Promotion-Aktion. Mit dabei die EM10 Mark III und EM5 Mark II. Auf beide Kameras gibt es 100 Euro Cashback und auch noch sechs ausgewählte Objektive sind mit in der Cashback-Aktion enthalten. Bisher fast nie bei irgendwelchen Cashback-Aktionen dabei, aber aufgrund des 100-jährigen Jubiläums dieses Jahr mit im großen Cashback-Zirkus. Das ist Panasonic. Es gibt in dem Fall bis zu 200 Euro zurück auf diverse Kameras, unter anderem mit dabei die GH5, GH5S und G9 mit 200 Euro. Aber es gibt zum Beispiel auch 50 Euro Cashback auf die Lumix G81 und mit dabei auch eine ganze Menge Objektive aus dem Lumix G-Line-Up. Die Aktion läuft noch bis 30.12. Bei Sony gibt es noch bis Ende Januar bis zu 1000 Euro im Cashback. Allerdings nur auf ein Objektiv, das selber um die 10.000 Euro kostet und zwar ein 500mm Blende 4 für den Sony Arm-Mount. Insgesamt aber sehr, sehr viele Produkte im Cashback. Also alles aufzulisten würde jetzt viel zu lange dauern. Arm-Mount-Objektive, E-Mount-Objektive, DSDM-Kameras, Fotozubehör, all das mit drin. Leider nicht mit dabei. Das ist die Alpha 9 sowie sämtliche Alpha 7 Kameras der dritten Generation. Aber immerhin die Alpha 7 Mark II und die Alpha 7 R Mark II sind mit bis zu 200 Euro im Cashback. Auch hier nochmal der Hinweis ganz zum Schluss. Wenn ihr uns unterstützen wollt, nutzt auch gerne die Amazon-Links unten in der Videobeschreibung drin. Wir bekommen eine kleine Provision und für euch ändert sich nichts am Verkaufspreis.